So, hallo liebe Aufrufer, lustig und witzig, heute Montag 13. März 2012, ich bin voll Aktivitäten und schwerwiegenden Gedanken, möchte es aber nicht auslassen, meine tägliche Wasserstandsmeldung zu geben zweierlei, anknüpfend an das, was wir die Tage schon hatten, die Gedenkfeiern mit Atomkritik, Kölner Stadtanzeiger heute macht das relativ groß auf und ich habe Echtzeitnachrichten, 230.000 Demonstranten bis Avignon in Frankreich, französische Atomkraftgegner, das ist etwas, was man als eine Gattung bisher überhaupt gar nicht kannte, 230.000, seltsamerweise fand das in den Bildmedien bei uns bis jetzt keinen Ausdruck, aber das finde ich schon bemerkenswert, gute Hoffnung darauf, dass die Atomvergifterei langsam aufhört. Dann habe ich die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute viele Proteste gegen Atomkraft und die Demonstrationen in den verschiedenen Orten letztlich auch die riesen Demonstrationen um die Asse bei Salzgitter mit Fackelschein und gestern Abend in Hannover. Das ist alles hier in den Zeitungen, auch die Taz hat es heute, Montag. Wie man schon merkt, ist das aber auch hier nicht mein Lieblingsthema. Denn hier ist ein schwerwiegender Beitrag, auch Vortrag über den getricksten und nicht richtig gelingenden Abbau der stillgelegten Atomanlagen. Da ist die Rede von Lugmin und auch von Unterweser. Das bringe ich extra, weil mir ist jetzt heute hier etwas anderes wichtiger und zwar, das ist nämlich folgendes. Ich eröffne den Wahlkampf für die Piraten im Saarland erneut im Saarland in Saarbrücken für die Piratenpartei. Die Piratenpartei hier auf Seite 4 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit der Überschrift Der Mut zu Lücken und die Tücken. Da ist die Führerin der Piraten, die ganz junge Jasmin Maure, abgebildet. Die ist durch die basisdemokratischen Entscheidungen nicht Listenplatz 1 der Piraten. Was hier ausgeführt wird, ist einerseits, dass die saarländischen Piraten jetzt ein Programm haben für ihren Wahlkampf, in zwei Wochen bekanntlich ist ja im Saarland Wahl. Das andere ist, dass sie tatsächlich den Umfragen nach im Moment mehr Stimmen in der Landtagswahl im Saarland erreichen als die FDP und als die Grünen. Das ist natürlich kaum zu glauben, aber der Hauptgrund darin liegt wirklich in der Transparenz der Piraten. Die Piraten haben also auch über ihr Programm, ihre Diskussionen, die jetzt am Wochenende beschlossen worden sind, offen abgestimmt und haben Teilnahme für auch Nicht-Mitglieder im Saarland für das saarländische Piratenparteiprogramm geöffnet. Und das ist etwas, was eben die anderen Parteien nicht bieten. Und man muss auch ganz hart sagen, die Tatsache, dass die Piraten diesen Zuspruch haben, kann ja nicht die Folge ihrer Leistung sein. Die haben sie ja noch nicht, sondern es ist auch die wirklich begründete Unzufriedenheit mit den anderen Piraten, mit den anderen Piratenparteien. Genau. Und insofern möchte ich mal sagen, haben wir jetzt zwei Wochen. Die wichtigste Woche ist die letzte Woche, dass die Piraten wirklich munter und gut motiviert auch von anderen Bundesländern in das Saarland gehen und dort tatsächlich Rede und Antwort stehen für die teilweise absurden, teilweise unglaublichen Vorstellungen von Politik und von Transparenz in der Politik. Viele der alten Parteien glauben gar nicht, dass es transparent überhaupt geht. So, und da möchte ich mal sagen, die bisherige Piratenpartei hat aber schon bewiesen, dass es geht. Und das muss man auch probieren. Und da habe ich auch in der heute Süddeutsche Zeitung, ebenfalls Montag, 12. März, hier einen Beitrag zur Piratenpartei, ebenfalls auf Seite 4 hier im Profil, in der Mitte Jasmin Maurer, Frontfrau der Saarlandpiraten mit Fable fürs Mittelalter. Und hier wird dann auch Marc Wittmann schreibt in der Süddeutschen Zeitung, so ein bisschen Home-Story gemacht. Diese Jasmin Maurer mag Tiere, sie ist mit Hunden aufgewachsen, sagt sie, und jetzt habe sie leider nur noch zwei Hamster im Netz und so weiter. Jedenfalls, zwar ist Maurer die Nummer 1 auf der Landesliste, aber bei der im Saarland noch wichtigen Kreisliste hat ein anderer die Abstimmung um Platz 1 gewonnen. Gegen sie, gut möglich also, dass es nicht reicht für Maurer, so ist das bei der Partei, in der die Basis entscheidet. Also die Piratenpartei im Saarland hat jetzt angenommen die Aufgabe und versucht sich wirklich mit den jungen Leuten der Piraten insbesondere als ein echtes alternatives Angebot in der Politik zu stellen im Saarland. Und ich versuche das jetzt von mir aus auch über Internetrecherche und über die Gespräche mit anderen Piraten zu plantieren. Und danke erstmal hier für den Aufruf in meiner lustigen und witzigen Piraten-Sendung.